3 so hallo hier wieder die sind nur noch mit dem anderen hallo ultra hardcore und Tobi haut mit dem Schwert B-Royda wir sind die Bessek eigentlich heißt er wir können auf ihn drauf gehen los go go hui Du kannst das Ding machen, den Aussicht zum Monat haben. Ja, ich bin fertig. Nein, da ist aber Glas drin. Ich habe extra für dich gestern Glas gefahren. Alter, ich hätte gerade fast Michi geschlagen. Alter. Ich bin so ohne Spaß. Kann nicht was sein. Geh einfach von ihm weg. Ja, bitte. Geh einfach weg, will keiner. Geh einfach weg. Boah, ich muss den Textverfekt wechseln, hab ich frisch. Hab ich gerade gesagt, dass alle Textverfekt weg sind? Nee, ich habe hier weg, will scheiße. Warum, ich gebe mir hier nicht meine Herzen nicht? Oh Gott. Ich liebe Ampel. Was? Oh Gott. Ich glaube, ich habe den Endermann angeguckt. Ich und Tobi haben das beschlossen, dass du jetzt Goldfarben gehst. Wieso ich? Ja, weil ich dich so doch noch auf den Maul gebe. Du bist so ein Demokker-Typ hier. Das hat Tobi geschrieben, nicht ich. Mir egal, mir egal. Du wirst fast sehen. Aber. Du hast eine Maske auf, also hau ab bloß. Außenseiter. Du hast gar keinen Scan. Ich bin nämlich verarscht. Ich wollte die gerade schlagen. Ja, jeder will mich verarschen, Tobi. Wenn ich am wenigsten habe. Wer ist Baboni? Äh, Toni, glaube ich, oder? Ja, warum? Okay. Weil er... Ich bin mit der Schlechteste. Ja, ich auch. Wir sind gleich... Wir haben gleich viel Herzen. Ah, nee, ich bin sogar noch mit... Mit Michi, der Zweip... Zweip... Was ist los, Tobi? Habe ich mein Mikro an? Nein, ich meine, in der Aufnahme eher habe ich gut. So, jetzt habe ich mein Ding... Alter, ich vergesse mal Skype auf Privat zu stellen. Was weiß ich. Keine Ahnung, glaub schon. Wann nicht geht's? Ja. Auf welche Höhe findet man Gold? Äh, gleich hier wie dir. Ja, ich höre was aber, glaube ich, noch ein bisschen am Längen, ne? Nee. Ja, irgendwie... Ich hab auch... Auch nicht gewiss. Ich hab keine Ahnung, was los ist. Moment. Nee, bei mir nicht. Ja, weil die Level wollen die nicht reingehen. Oh, sonst weiß ich mal. Draußen wieder sicher. Komm, wir gehen raus, Kahn. Ja, warte, ich muss noch kurz was einstellen. Ich bin gleich am einstellen. Na, 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 na. Ach ja, Michi, du kannst hier mal ne Dia-Hacke machen und ein bisschen Oxidane holen. Für Portal. Und ein Dia-Schwert. So. Ich mach mich alleine weg. Geh von mir weg. Weg. Sicherheit. Okay. Warum ich? Weil du die meisten Herzen hast. Ja, und? Ich guck erst von draußen. Erstmal einfach oben. Füppel sich. Alter, ich hab fast auf die Mauter. Hinten im Wasser, hinten im Wasser ist ein Skelett. In welchem Wasser? Links. Ach, das ist egal. Ich will nur zum Spawner. Okay, komm mal, komm, komm direkt hinterher und mach die Tür zu. Michi, mach du mal die Tür zu, wenn wir raus sind. Nö. Don't lauf, ich mach schon. Dann verrecke elendig. Dann verrecke elendig. Du jude. Ey, Knochen, Knochen. Aber ja, man spielt zu. Michi, wo war der Spawner? Na mal, war der auf der anderen Seite, war der hier drauf, auf der Seite. Äh, 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 warte. Was seid ihr? Bist du schon drauf? Nee, wir haben schon, ich weiß schon. Oh, ich hab Angst, dass ich falsch dranbekomme. Ich will gucken. So wie ich gestern. Ja, da ging ein Kaktus darauf hin. Oh, wo ist der? Machst du die gesehen? Hier, ihr seid dran vorbeigelaufen. Ups. Ups. Upsi. Ich sag, ich hör sogar Zombie-Geräusche. Ja, die werden aber wahrscheinlich da irgendwo an der Seite sein. Ach, dann machen wir mal da irgendwo an der Seite. Die Goldfarmen. Halt's Maul, ey. Warte, ich hör mal, ich will den Sand holen und runtergehen. Wenn ihr schon so blöd seid, den Spawner zu finden, echt mal, ey. Ich muss schnell mich futtern gehen, ich hab kein Essen mehr. Hier. Warte, wie lange nehmen wir eigentlich auf? Hier, hast du was zu essen. Tobi. Ach, okay. Kann. Wie lange nehmen wir auf? Fünf Stunden. Ups. Ich sag schnell den Spawner. Bis 7 Uhr? Okay, bis 7 Uhr. Wie lange wart ihr schon auf dem TS? Äh, halbe Stunde. Also ich war eine halbe Stunde schon drauf. Das ist ja noch eineinhalb Stunden, oder wie? Hä? Nee. Ja, bis 19 Uhr. Alter, ich hab ein Buch. Was für eins? Vertraubetes Buch. Alter, ich dachte, die hat ein Zombie. Äh, um Verstörbarkeit. Zwei oder so. Nice. Oh, da komm ich. Zwei und Eisen. Warte, ich komm. Und Diamanten? Äh, ne, ja, die sind im Spawner. Schlecht. Ich mach's kaputt, ich mach kaputt. Ne, nicht kaputt, mach. Ich baue da nur 15,5 Meter drunter. Wow. Ja, danke. Ich brauche für Level unseren Scheiß. Ja, okay. Ich sag jetzt, dass ich das gerne so werfe. Dann geh ich jetzt runter. Dann komm ich mal direkt zurück und auf den Ambrunz. Zuck. Wow. Glück wäre richtig geil gewesen auf dem Buch. Da warte ich keine Nummer in Spawner. Ne, die bist du jetzt so scheinbar, Scheiße. Oh. Was ist heute los? Ich hab nur 30 FPS durchgehend. Ich hab 50. Ich hab 40 wegen Shader. Ja, mir egal. Ich hatte gestern durchgehend 60. 60 komm ich nicht dran. Ich auch nicht. Wenn ich ohne Shader spiele. Ja, normalerweise, wenn ich aufnehme, knapp 100. Woll. Ja, keine Ahnung. Das ist voll komisch. Hi. Auf welcher Höhe nochmal? 10, oder? 10, 11. 15, oder? Nee, okay, okay. 10, 11, 15, 16, 20. Ja, irgendwie sowas. Guck einfach. Hast du schon mit dir später gemacht, Michi? Ja. Ich wechsle die ganze Zeit. Ähm. Hm. Mein Text-Tablet. Text-Tablet durch, weil es mir nicht gefällt. Oh, Gott. Keine Ahnung. Also Zeit. Ja. Oh. Strip-Mining. Ja. Komm auch gleich. Frisch nicht. Oh, das ist weiß noch. Ey, ist das Weizen schon fertig? Ja, aber hier wagen, habe ich Weizen drin in der Kiste. Ja, zwei Stück. Ach, kannst du fucken mitbringen, Tobi? Hä? Kannst du fucken mitbringen? Fucken, gute Idee. Ich habe nur noch drei. Alter, wir haben nur 47 Kohle. Bauen wir mal Kohle ab, wenn... Ne, ich sehe es. Alter. Ja. Oh, Redstone. Nice one. Hui. Hui. Nice, Level 10. Ey, ich spiele echt ohne Texture weg. Ja, mache ich auch die ganze Zeit wegen meiner Grafikkarte. Hui. Wow. Ja, das schmeißt ich. Ja, 125 hat Texture. Voll. 125 ist um zu viel, okay. Scheiße, aber... Ach so. Sieht's gar nicht. Keine Ahnung. Okay, ich weiß nicht, was dich machen soll. Ich bin voll freigiert. Das wird meinen. Komma. Mir helfen, Gold zu suchen. Ja, auch den Gang, um gestern runtergelaufen. Ähm, ich brauche... Ja, den Gang von gestern, den ganz links. Ich habe keine Spitzhacken mehr, habe gekauft. Ja, da bei der... Tobi. Tobi. Ja? Ja, bei dem Schacht da halt. Ich komme. Ja, gut. Soll ich auch kommen? Ach, Guts. Okay, dann komme ich nicht. Wie ihr wolltet. Wie ihr wolltet. Ja, wie ihr wolltet. Mann, hier ist doch Kies, ist doch scheiße. Meinst du, bist du da runtergegangen, wo die Schlucht ist? Ja, habe ich doch gesagt. Hat er nicht. Er liebt. Er will dich nur töten. Ich heiße auch nicht Tobi. Wo bist denn du? Ich sehe deinen Namen nicht mehr. Gerade immer noch gesehen. Ja, aber ich weiß noch. Noob, noob. Da bist du reingesangt. Wer hat Brot von dem... Tobi! Was machst du? Ja? Was machst du? Wer hat Brot von dem Weizen gemacht? Dich nicht. Ich nicht. Was soll ich damit? Essen. Boah, ey, warte mal. Ich hab ihn mal hier rein. Hast du schon Gold gefunden? No. Jetzt verbiere ich steigen die FPSchen wieder. La 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 la. Hey, du wolltest ja Fackeln haben. Komm her. Also, dass ich Fackeln vergiss. Ich bin wieder im Gang, wenn du rausgehst. Danke. Natürlich nicht. Hab nichts zu essen dabei. Geil. Ja, ich hab noch sieben Schnittfe. Okay. Warum warst du so viel? Ich hab gestern Schweine gekült. Ganz viel da. Ja, auch im Garten. Gib mal. Achso, danke. Fackeln, Fackeln. Ich brauch Fackeln. Hat jemand Fackeln? Ja, ich hab welche. Aber man muss runterkommen. Ja, ich komm. Oder soll ich Tiere farmen? Dass wir eine Farm machen können. Ja, wir sollten nicht mal die Farm machen. Ja, geh, du gehst, geh mal hinterm Haus einfach gerade durch bis zu dem Wald. Da sind ganz viele Tiere geweben. Ja, ich muss so. Du bist immer so bezogen und lockt die an. Ich find grad irgendwie gar nichts. Passt nix. Ihr habt einfach keinen Skill. Genau, deswegen finden wir keinen... Oh, warte, ich sollte meinen Sound ein bisschen höher stellen. Ja, ihr müsst einfach taktisch vorgehen. Und kann so nicht sein, dass ihr hier voll wie Idioten da rumläuft. Wir strippen hier, okay? Ja, okay. So wie Timo, Timo's Nutte. In Latex. Ja. Ja.